Open your heart, come with me. Hallo, ihr lieben Pflanzen- und Götterfreunde. Wir befinden uns hier auf dem Ganges, wo wir einen Film machen über Indien. Indien sprengt den Rahmen unseres Bewusstseins. Auf der einen Seite bitteres Leid, Tod, Armut, Krankheit. Auf der anderen Seite unermessliche Pracht, Schönheit und eine tiefe Weisheit, die uns Seelen berühren kann. Auf dieser Reise gehen wir zu den Pflanzen Indiens, die Ausdruck göttlicher Wesenheiten sind. Bäume wie der Buddha-Baum, der Bo-Baum, die heiligen Blumen, mit denen Pujas gemacht werden. Auf der Reise begleitet uns ein junger Inder, der hier auf Brautschau ist, der in Deutschland studiert hat und in einem gewissen Konflikt, kulturellen Konflikt steht. All das und noch viel mehr in diesem Film. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020